Oh, hi, was machst du denn hier? Hallo? Oh, Flo ist auch mit dabei. Alles klar. Ja, cool, wo sind wir denn hier gerade? Ich weiß nicht, auf einer Plattform. Was passiert immer drunter? Warte mal, 3, 2, 1 und... Oh, hier ist ein Knopf. Was? Was passiert? Ich weiß nicht, hier ist ein Knopf. Ich habe ihn gedrückt. Was passiert dann? Annoying Rich Guy! Nein! Nein! Geh weg von mir! Der Typ, der stalkt mich. Ohne Witze, der läuft mir die ganze Zeit... Ach, jetzt hat er dich... Jetzt warst du ihn an der Wacke. Hä? Ein nervender, reicher Typ. Habe ich schon erwähnt, dass ich reich bin, hat er gesagt. Ladies and Gentlemen, erstmal heil und herzlich willkommen zu einer Brandneutfolge Roblox. Dieses Mal mit dem komischen roten Knopf, den man angeblich nicht drücken soll, aber den trotzdem jeder drückt. Was soll ich machen? Ich drücke den Knopf. Nein, ich will drücken. 3, 2, 1, drücken! Okay, okay, was passiert? Was passiert? Darkness! Dunkelheit! Oh mein Gott. Alles klar. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Als ob man stirbt, wenn es dunkel wird. Was ist das für Blödsinn? Der Typ, der überlebt. Echt jetzt? Ich will Coins, Coins, Coins. Ich will Coins, ich will Coins, ich will... Wer hat die jetzt bekommen? Ich glaube, oder? Ich weiß es auch nicht. Warte mal, läuft hier ein Hotdog? Give me your Hotdog. Ähm, okay. Ich habe aber keinen Hotdog. Gib mir deinen Hotdog. Du musst vielleicht wieder einen veganen Hotdog haben. Ja, weiß ich doch nicht. Oh, was ist das denn jetzt? Äh, der Trockner. Eine Kanone? Ah nein, das ist ein Föhn. Oh mein Gott. Er hat aus der Welt gepustet. Wie cool ist das denn? Camping ist schief gegangen. Was geht denn jetzt hier beim Camping schief? Warte, ich will mich auch einsetzen. So, schön hier. Nein, das ist ein... Da ist der Killer. Passt auf, Leute. Der ist ein crazy Bloxchen. Wo? Nein, der hat uns gleich alle. Oh oh. Nein, da steht er. Oh Gott. Oh, ich sehe ihn. Yeah, wir haben es überlebt. Ich habe 39 Punkte schon. Jo, du hast mehr als ich. Wie kann das sein? Cool. Ich sehe schon vorher alleine gespielt, okay. Yeah, ich könnte mir schon einen Cookie kaufen. Oh, was geht so? Meteor Shower. Nein. Wer drückt dann auch den Knopf? Könnt ihr mal aufhören, den Knopf in die ganze Zeit zu drücken, Leute? Oh cool, ein neuer Punkt. Ich glaube, das war es schon, oder? Das war ja ein kurzer Meteor Shower hier. Okay, 15 Sekunden. Da haben wir Zeit, jetzt in unserem Shop was zu kaufen. Was würdet ihr euch holen? Äh, ich wollte mir den Teppich holen. Mit dem kannst du liegen. Oh, ich habe gerade den Shop gefunden. Ja, der ist voll cool. Aber wo haben Magic Cup 1000 Punkte? Ja, das ist schon heftig. Was kosten 1000 Punkte? Lass mal gucken. 725 Draw Bucks. Ey. Sind wie viel? 7 Euro, ne? Ah, Piraten! Was? Was ist das? Ich war doch noch nicht mal bereit. Alles klar. Einen wirklich Piraten. Ja, voll cool. Ja, aber du kannst dich einfach so hinstellen. Aber warum sind Piraten? Nö, kannst du Mathematiker? Weil sie Piraten haben. Hä? Weil sie Piraten? Na! Alter, da war ja sogar ein Pirat. Der es angegriffen hat. Hä? Ich habe mich vorher erschreckt. Ich dachte, das sind nur die Kanonenkugeln. Aber ich wollte ihn ja runterschnutzen. Runterschnutzen. Ich wollte ihn runterschnutzen. Schnutz dich mal runter. Oh, der nächste Klopft. 2, 1. Zack. Okay, okay, okay. Ich bin bereit. Noob-Boss. Oh mein Gott. Was ist los? Der ist genauso geboren wie ich. Oh mein Gott. Alles klar. Und er spawnt neue Noobs. Oh nein. Ich bleibe einfach außen stehen. Ich glaube, ich will den... Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Hä, warum ist der Noob... Hä, was machen die? Die laufen die ganze Zeit zu ihm. Wieder groß, also, meine ich. Hä, das ist voll der kräftige Noob gewesen. Oh, der Teppich ist voll nice. Der Typ kann einfach wegfliegen, wenn irgendwas passiert. Ja, es ist... Der hat voll Glück. Ah, sieben. Ich habe auch eine gekauft. Aber die war weg. Ja, deine hat dann angefangen zu sprechen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Okay. Einen Punkt brauche ich noch. Touch the Brick. Einen Punkt brauche ich noch. Bist du dir was? Tupst den Siegelstein berühren. Weißt du das? Ja, stimmt. Siegelstein? Was? Ah, da, touch me. Ah, da muss man hin. Haben wir noch Zeit? Oh nein. Skydiving. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Haha. Wie nice. Hä? Wir sind halt mega hoch, oder? Seht ihr die Erde schon? Weiß ich nicht. Ich sehe gar nicht. Ich sehe jedenfalls nur Himmel. Ich sehe den Mond. Alter, guckt euch mal selber an, wenn ihr runterfallt. Ich verzerre so übelst. Ja, bei mir auch. So weiß ich es nicht. So, als ob man so die Grafikeitschung hoch und runter stellt. Stimmt. Oh mein Gott. Das ganze Gesicht. Oh nein, Cute Cat. Ich kann nicht mitmachen, weil ich in der Luft bin. Ich muss keine Zurücksätze machen. Nee, ernsthaft? Fällt man jetzt hier ewig, oder was? Oh mein Gott. Okay, Reset Character. Und da haben wir mal wieder unsere Haare verloren. Was ist das? Die sind alle so ausgearbeitet. Die sind alle so schön funktionell. Was war das denn gerade? Ich? Das ist eine Katze mit einem riesigen Mund, die geschossen hat. Alles klar. Elevator. Fahrstuhl? Warum Fahrstuhl? Wir sind in einem Fahrstuhl. Okay. Und der eine Typ fliegt einfach nach oben. Ich glaube, das ist von diesem einen Spiel, wo man im Fahrstuhl steckt. Und dann, komm hier raus, es geht wahrscheinlich gleich auf. Kann man auf alle, man kann nicht aufleiten, drauf springen. Das ist ja lustig. Ich kann auch durch die Decke gucken. Ja, ich kann durch den Deckel gucken hier oben. Durch den Deckel? Hä? 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 Und jetzt bin ich auf der Insel gelassen. Ich weiß es auch nicht genau. Was? Wir werden alles probieren umzubringen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Wie viele habt ihr? Nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken. Drei, zwei und zack. Der nächste Knopf. Okay, was kommt jetzt? Free Robux? Was? Gratis Robux. Was? Da gehe ich nicht rein. Das ist immer eine Falle. Pff. Genau in dem Moment bin ich gestorben. Ach mal, ich dachte, es gibt wirklich Gratis Robux. Was ist das da? Das ist Robux? Ach nee, das ist ein Troll. Einfach nur ein Troll. Das ist einfach nur ein Troll. Ein richtig. Oh mein Gott, ich habe bekommen. Eine Million Robux. Ja, wahrscheinlich. Nee, echt jetzt? Hast du wirklich? Wow. Ja, das war klar. Ich glaube. Ja, bitte. Aber ich habe gehört, wenn man diesen Kanal abonniert, dann sollte das, ne? Ja, genau. Dann kriegt man Gratis Robux. Richtig. Man kriegt Robux dann gratis. Leute, wenn ihr meinen Channel abonniert, dann schenke ich euch Robux gratis. Ja, ich kann mir Robux gratis zufeuern. Ja, genau. Ja. Oh mein Gott. Boom? Boom steht da. Was ist Boom? Da steht ein Schild, wo einfach Boom. Ähm, die Schilder könnten explodieren. Könnten nicht explodieren. Nein. Könnten nicht explodieren. Easy. Der Stand, Schilder könnten explodieren. Science could explode. Oh. Und ich habe es gelesen. Egal. Tobias. Lorian. Easy. Tobias. Sechs. Fünf. Vier. Ich will das Fluffy Unicorn haben für 850 Punkte. Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Oh, Tops, kannst du mal eine Folge wirklich... Ah! Wenn wir mal eine Folge machen, wo du nicht singst, schaffen wir das? Wirklich? Ein Video, wirklich. Eine Robux-Folge. Okay, pass auf. Wir nehmen das nächste Mal Robux auf. Und da wirst du mal nicht singen. Und wenn du doch in der Folge... Aber wir hören nicht gerne zu, Tops. Ja, da ist was dran. Oha, sehr gemein. Wenn du doch singst, dann verlierst du die Wette und musst mir 100 Robux schenken. 100.000. Oha, voll gemein. Ja, und ansonsten schenke ich die 100 Robux, falls du nicht singst. Lonely World. Okay, mach mal so. Hey, wir sind damals im Jahr 1800. Hä, echt jetzt? Sollen wir denn hier? Ja, ich höre auch gerade so die alte Musik so. Ne, echt? Ich habe die ausgestellt. Ne, ich meine, ich stelle mir die gerade vor. Ja, ich auch so. Aber was passiert denn da? Weil damals alles schwarz-weiß war, ne? Damals waren die Farben noch nicht erfunden. Ja. Wirklich, da war die ganze Welt wirklich aber schwarz-weiß. Ja. Und jetzt sind wir wieder zurück. Keine Ahnung. Tops liegt bei mir einfach im Boden. Ich bin ein bisschen auf dir rumgetrampelt. Ich hoffe, das ist okay. Oha, voll gemein, weißt du. Und dann will ich, dass ich eigentlich aufhörst zu singen, weißt du. Ne, also ich finde das freundlich von dir. Danke, Flo. Endlich sagt mal jemand die Wahrheit hier, okay? Drei, zwei, hör auf zu nörgeln und eins. Boom. Okay, ich hoffe kein Boom. Ich hoffe, jetzt kommt mal was Nettes. Warte, was war das? Murder Mystery. Murder Mystery. Oh. Was? Du hast 50 Sekunden. Was heißt das? Ich bin unschuldig. Echt jetzt? Easy ist der Mörder. Easy ist der Mörder. Easy ist der Mörder. Gar nicht wahr. Ich hätte das Wasser gesehen. Easy halt unter. Easy. Easy, wenn du mich am Leben lässt, dann verrate ich die anderen alle, ja? Wenn du mich am Leben lässt, Easy. Easy. Sorry. Kommt, Flo. Er tobst aus dem Sinn vom Spähen, Ding. Sie muss es machen. Richtig. Nein, Flo, ich muss nur am Leben bleiben. Nein, Flo, komm runter von dem Baum. Nein. Nein, ich wollte den... Ach, komm schon. Komm schon. Boom. Jetzt stirbt doch mal. Endlich. Oh mein Gott. Wer lebt denn noch? Yeah. Nur noch du, glaube ich. Ich glaube nur noch du. 50 Sekunden. Oh nein, das ist gleich vorbei, oder? Komm schon. Nein, der Typ, der auf dem Carpet fliegt. Das ist so unfair. Echt, jetzt kommt er mal runter. Oh Mann. Drei Kills. Wir waren der beste Mörder aller Zeiten. Ja, weshalb hätte ich es nicht machen können? Oder? Ich dachte, Tops war es. Hä? Ja, Tops war der Mörder. Genau. Ich habe es genau gesehen. Er hat die ganzen Leute offen gewesen. Drei, zwei, eins aus. Zack. So, was kommt jetzt? Football. Ich bin aus der Web gefallen. Ah, doch. Ah, bin doch aus der Web gefallen. Hä, was sollen wir hier machen? Münzen sammeln, oder? Let's get ready to rumble. Kann man die nehmen, die Football oder was? Ja, einer hat sie genommen gerade. Ja, echt jetzt? Stimmt. Ich muss ein Tor schießen. Nein, das ist ja mega cool. Du musst das Tor schließen. Geht das? Einfach so hoch, oder was? Ich glaube, ich habe gerade reingetroffen. Yeah, cool. Nice. Wir haben es geschafft. Was ist gerade passiert? Ich habe immer noch einen Football in der Hand. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es hier mit unserer heutigen Folge. Press the button. Oder was auch immer das hier gerade war. Nee, nicht den Button pressen. Don't press the button. Stimmt. So heißt das Spiel, genau. Don't press the button. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer ein Like da. Ansonsten sehen wir uns übrigens, ja, morgen in einem neuen Video um 15 Uhr. Ich habe immer noch einen Football. Warum habe ich einen Football immer noch gehabt? Ich den hatte irgendwie. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Und hasta la pasta. Boom.